Hallo, ich bin Daniel von Tableti, hier auf dem Moshi Stand auf D4 2012 und ich habe hier ein paar neue Kopfhörer, die hier vorgestellt wurden und zwar Keramo heißen die, man sieht das hier vielleicht auf jeden Fall so heißen die Keramo und ausgeschrieben fühlen sich sehr sehr gut an sie sind, ja, also man spürt halt, dass man was in der Hand hat und das liegt daran, dass hier Keramik verwendet wurde und zwar hat Keramik die folgende Eigenschaft, dass es ja, Verzerrung möglichst, ja, reduziert und genauso ist es auch mit diesem Gehäuse, das sieht halt ziemlich cool aus, asymmetrisch nennen sie das und das wurde auch von Blumen abgeguckt, aus der Natur so wird es hier zumindest gesagt und fühlt sich gut an, hört sich gut an und das das ist denke ich mal das wichtigste kommt im Oktober raus und hat mehrere Ehrtipps wie immer und ein folgendes cooles Case damit man das Kabel und den Stecker nicht kaputt macht und die Kopfhörer auch sehr sehr klein, cool hört sich gut an wie gesagt das ist also das Keramo Headset von Moshi Moshi wird im Oktober rauskommen für einen Preis von 119 Euro ja, das Keramo Headset von Moshi auf dem Moshi stand auf der IFA 2012 ich bin Daniel von Tablet D und vielen Dank fürs Zusehen ich bin Daniel von Tablet D ich bin Daniel von Tablet D